Wir geben es ja ehrlich zu, der Claudia und mir, uns ist schon mal wieder mulmig, weil wir werden heute in ein Schlauchboot steigen und uns die Fluten hinabstürzen. Rafting. Für die ganze Familie ist heute angesagt, wir testen das für sie und uns geht die Muffe. Aber wir ziehen uns jetzt erstmal um, wa? Ja, wir brauchen einen Neoprenanzug, weil wir Muschies sind. Und eine Schwimmbeste. Ja, genau. Das wird schön. Wir sind bereit? Und Fasseln wird uns gar nicht schärft, denn wir sind vom PSR. Wuhu! 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 Ah! Wuhu! Zwei! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10. ich fand das große klasse und hatte auch nur ein ganz kleines bisschen angst ach komm das war viel angst dabei oder es macht auch total viel spaß mit also kanu park markleberg fahren sie da mal hin